Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalenders 2017 und heute ist dann auch schon der vorletzte Tag, zwar ist es Tag 23, nicht so wie gestern, weil gestern habe ich mich verlabert, habe ich ja den falschen Tag gesagt, also gestern war ja der 22. und ich sagte der 21. aber ja ok, ist ja egal. Heute ist aber der 23., die vorletzte Episode und heute geht ja auch wie immer 3 Preise raus an euch und zwar die heutigen 3 Preise wären gewesen, wo sind sie denn jetzt, hier genau, also ich mache heute ne, sag ich mal ne Eco Rounds, heute gehen 3 Pistolen raus und zwar die erste Pistole wäre die USPS Cayman, in Factor New glaube ich mit nem Sticker hier, gucken wir kurz nach, ja ist FN, dann als nächstes wäre die Glock 18 Morte Elemental, Condition, wäre glaube ich minimal wäre, ja genau und zu guter Letztendlich noch ne, Desert Eagle, Comichu Dragon, mit ebenfalls 2 Stickern drauf und auch in Factor New, das wären die heutigen 3 Preise, aber die gewinnert sich ja immer unter den Kommentaren von dem Teilnehmer Video und falls heute auch wieder etwas, also jemand Neuer dazu schaltet, der was sich denkt, ja ich spiele noch mit, vielleicht habe ich ja Lack und hol mir dann am Morgen das Knife, weil morgen gibt es ja am 24. Dezember als Hauptpreis ein Knife, so wäre es das Gut Knife, äh, 3 Hand auch in Factor New und ja, also erster Link in der Videobeschreibung ist das Teilnehmer Video, dort erkläre ich wie ihr teilnehmen könnt, was es noch zu gewinnen gibt und ja, und für all diejenigen, die ihre Gewinnchancen noch erhöhen wollen, ebenfalls erster Link in der Videobeschreibung ist das Teilnehmer Video so, die Gewinner von gestern setzen dann heute wieder aus und die von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei und weil ich auch noch ein paar Mal angesprochen wurde, ähm, bei dem Knife morgen ist, äh, jeder dabei so, die, was heute gewinnen werden, setzen dann morgen nicht aus, also bei den drei normalen Skins setzen sie aus aber dann bei dem Knife ist jeder dabei, auch die, was heute noch gewinnen so, dann hätte ich glaube ich auch alles gesagt und lasst mal, äh, die Gewinner ziehen so, die erste Skin war ja die USPS Cayman, die geht heute raus an den Julian Riedl, nein, sorry mate, du warst gestern schon unter den Gewinnern, damit gibt es heute den Reroll so, die Cayman geht, äh, Jaxlian, aka, äh, mein WLAN ist kaputt du warst gestern nicht unter den Gewinnern, damit gehört die Cayman mal dir, Glückwunsch so, der zweite, also der nächste Preis war ja die Glock 18 Water Elemental da läutet mein Handy, äh, die Glock 18 Water Elemental, halt die F*** jetzt, Alter, Matthias, ich F*** deine Mutter, merk dir das so, Handy ist auf lautlos, hey, ich meine, man sieht nicht mal meinen Mund von dem F***en Bart so, wo waren wir jetzt, die Glock 18 Water Elemental, die geht an NextCS, weil du warst gestern nicht unter den Gewinnern und dabei ist mitgeheert die Glock 18 dir, sage ich auch ebenfalls Glückwunsch an dich und dann zu guter Letzt war ja dann auch die Desert Eagle von Mitchell Dragon, wie geht heute raus an den Fabian Jansen, du warst gestern nicht dabei, also mitgeheert die Desert Eagle dir und dann sage ich auch Glückwunsch an dich mal kurz gucken für 123 Kommentare, äh, nächste ES hat 406 und 140, also 140 ist nicht grad viel aber du hast glaube ich schon das zweite Mal gewonnen sogar, bin mir nicht sicher ja, ich bin heute etwas neben der Spur, das habe ich bei der ganzen Aufnahme vergessen, die Softbox einzuschalten ich dachte mir grad so in der Facecam irgendwie, passt das gar nicht so mit der Belichtung denk mir, woran liegt das nur, macht dann so F*** auf, Alter war gestern ein wenig feiern und, yo jetzt bin ich etwas durch den Wind hier ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt alles erledigt habe, bzw. ob ich jetzt alles gesagt habe ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich bin heute nicht ganz fit im Kopf, ähm, ja, ich glaube, das war's ja, das muss morgen besser klappen, weil morgen ist ja das Finale, aber egal ich beende das Video einfach jetzt an dieser Stelle, bevor ich hier noch mehr Müll rede, ähm, mit dem Daumen nach oben wäre ich, wäre ich froh, also würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst und würden mir auch helfen wenn man da freue ich mich ebenfalls und abonniert meinen Kanal, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und falls ihr da nicht bei dem Adventskalender mitmacht, könnt ihr mich ja trotzdem auch abonnieren würde mich, wie gesagt, sehr freuen ähm, und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren jetzt weiß ich, was ich wieder sagen wollte ähm, ich hatte, also ich habe, fordert sich morgen das Video um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr kommt das morgige, äh, Video online, wo ich die, über das Knife also die Gewinner von Knife anziehen werde, der 24. Dezember ihr wisst, äh, ihr wisst Bescheid so also morgen 18 Uhr, aktiviert die Glocke dann wisst ihr gleich dass das da ist, weil ich möchte, dass ihr das, ähm, alle Bescheid wisst, wann das Video online kommt, damit dann ja, hey so, morgen 18 Uhr stellt euch einen Wecker oder so, vergesst nicht so, aber jetzt war es das dann für heute oh mein Gott nehm ich überhaupt auf, ja gut jetzt wird's der nächste Schock gewesen also wie gesagt, im Dauer noch würde ich mich freuen äh, beim Kommentar auch, abonniert mich und und aktiviert die Glocke ja tschau und bis morgen oh mein Gott I am not drunk the party's on the feelings here that only comes this time of year simply having a wonderful Christmas time simply having a wonderful Christmas we're going to Vielen Dank.